Oh mein Gott, das ist so knapp, ey. Du hast verloren. Es ist da. Was? Was ist das? Geh weg von mir. Guten Tag, meine Freunde. Heute machen wir die Challenge. Meine Schwester muss alles kaufen, was ich treffe. Damit ist Inga gemeint, weil X was broke. Wir haben hier eine Zielschabe, Leute. Und in der Mitte ist so eine Zielschabe von Nerv. Und die leuchtet, wenn man sie trifft, okay? Und hier haben wir hier so Zahlen. Ich erkläre das direkt, Leute, dass ihr das schnell versteht. Wir haben Zahlen. Und diese Zahlen sind die Bestrafungen. Die Bestrafungen gibt es von 1 bis 10. Die Nummern tun wir random aufkleben. Und die Bestrafungen machen wir dann, wenn wir verfehlen. Hier haben wir aber auch eine Art Belohnung. Diese Belohnung bekommt man aber nur, wenn man da reintritt. Das heißt, wenn das Ding leuchtet, hat man halt die Belohnung bekommen. Mit was schießen wir? Wir schießen es mit dieser Nerv. Da steht Folgendes drauf, ich weiß. Aber Leute, das ist ein Monster-Ding, okay? Und der, der die meisten Belohnungen hat, Leute, der am meisten getroffen hat, der bekommt erstens diesen Mystery-Koffer. Irgendwo nicht wissen, was drin ist, nur Inga weiß es. Und der Verlierer bekommt das hier. Vielleicht auch einfach über Kopfschüsse. Niemand weiß, wir werden sehen. Schnick, schnack, schnuck. Der Gewinner darf schießen, ne? Der will ich verlieren. Okay. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Du hast gefallen. Was? Leute, ich werde ohne meine Brille schießen. Ich werde schauen, wie es klappt. Ich habe heute meine Brille eingezogen, aber nur, weil meine Wimperleute irgendwie sehr komisch aussehen, Leute. Okay, ich muss anfangen. Du hast keine. Ja, ich mache meine Fakes. Also, ey, falls du jetzt nicht triffst, wird dein Netflix-Account gelöscht. Nicht schon wieder. Leute, ich habe mein Kind ja Netflix-Account. Wenn du gewinnst, dann bekommst du halt die Belohnung nebendran. Das wird leider gelöscht. Okay, Sarah, bist du bereit? Nein. Dein Netflix-Account zu verlieren? Feuer voll daneben. Dein Account wird gelöscht. Dein Account wird gelöscht. Leute, ich habe nichts anderes außer Netflix. Unsere Bestrafung wird jetzt sein Netflix-Löschen. Und Leute, mein Netflix. Ich habe mein Netflix noch nie gelöscht oder sonst was, gell? Ich habe mein Netflix, weil es ist auch perfekt für mich. Perfekt für mich. Die Serien da sind alle perfekt für mich. Tja. Was? Dann weiß ich ja noch nicht, was ich geguckt habe, irgendwas noch nicht. Du darfst auch von Eck gleichzeitig löschen. Sehr schön. Weil sie kein WLAN hat, gell? Ja. Ja, war klar. Welches zuerst, meinst du das ihrs? Deins. Wieso direkt meins? Eck-Löschen. Das ist so eine schwere Entscheidung. Ich brauche jetzt ein bisschen was. Jetzt Glück hat uns nur noch hässliche Empfehlungen. Also Eck, wenn du verlierst, musst du Glasgurkenwasser trinken. Wenn du gewinnst, bekommst du ein neues iPhone. Oh mein Gott, das ist ein iPhone. Letztendlich mein iPhone ist schon echt ein paar Monate alt. Ich brauche echt... Das ist zwei Monate alt. Ich brauche länger. Ich brauche echt ein neues iPhone zum Upgrade nicht mal hier nur. Oh, das war echt daneben. Ey, nee. Was glaubst du, Gurkenwasser oder iPhone? Guck mal's. Das war ja wirklich mal anders. Ey, Leute. Ihr hattet die Chance auf ein iPhone. Nein. Wie konnte ich... Ich will das entgehen lassen. Ich brauche das iPhone. Warte, ey, Leute. Wie schaffst du es eigentlich, so tief zu schießen? Unsere Schüsse sind immer ganz oben. Ich zeig dir kurz, wie es geht. So, wer trinkt zuerst? Beide gleichzeitig, oder? Oh Gott, ihr habt beide versagt. Es gibt keine Aufgabe, wo nur ich oder Egg verloren hat. Wir haben immer beide zusammen verloren. Aber wir haben gar kein Gurkenwasser. Oh, wie tragisch. Egal, Freunde. Wir ist hier im Wasser. Oh Gott. Gurkenwasser ist noch schlimmer. Also Egg? Ja. Bist du bereit? Nein. Wenn du verlierst, musst du für 20 Sekunden lang deine Hand in die Biotonne tun. Ey, ey, oh Gott. Die Biotonne ist bei uns die schwarze Loch. Ich schwöre. Biotonne, ich kann mein Gesicht dann nie wieder anfassen. Ich werde noch mehr abnehmen können. Dann überlegst du, ob du mich vielleicht treffen möchtest. Ich will treffen schon die ganze Zeit. Schieß doch jetzt. Du hast noch vier Sekunden. Drei. Ja, das war knapp. Ja, Bruder, knapp. Das war so gut. Ey, Mann. So knapp. Ey, Mann. Nein. Nein. Sel, was glaubst du? Ich verliere. Oh, ey. Du musst deine Hand in die Biotonne machen. Vielleicht pusst du auch mit dabei. Nein. Du musst auf. So knapp. Du musst auf. So knapp. So wenig noch. Ich bin rechtshandel, deswegen werde ich meine linke Hand benutzen. So richtig tief heinst. Bäh. 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 Oh, mein Gott. Ich habe meine Hand so fett desinfiziert. Die Haare ist schön, die wird geäiser. Fett desinfiziert. Ich werde die Barsch. Oh, mein Gott. Jetzt fühlt sich irgendwie meine Haut. Das ging voll klar. Wenn du verlierst, bekommst du Eiswasser auf deinen Kopf. Ich will, diese Haare haben wir eigentlich schon schwindig gemacht. 3, 2, 1. Du hast dich geschossen. Hä? Du hast zu spät geschossen. Oh, mein Gott. Wo war das Problem? Das war ja so verrückt. Eiswasser. Oh, Gott. Es könnte noch schlimmer werden. Nein, das ist schon bis zum vierten. Es gibt nur zehn Stück. Und wir haben nur alle vier verkackt. Gott, dieses Spiel. Wir haben eh schon verloren. 1, 2, 3, 4. Herr Egg hat gar nichts abgekommt. Doch. Was? Das ist echt gar nicht abgekommt. Ey, die hat sich fresh. Ich habe nicht aussehen. Oh, Mann. Du bist gar nicht nass geworden, Egg. Doch. Wenn du nicht trittst, musst du Schuhe von Cell riechen. Oh, mein Gott. Und wenn du gewinnst, bekommst du ein iMac. Wo ich es hier spielen kann. Ich bin total mein Sinne. Ich könnte ein neuer iMac haben, wo ich es hübsch spielen kann für Leute. Ich habe das Gefühl, ich werde gewinnen. Ich weiß auch nicht, wieso ich schwöre. Und die wird verlieren. Hä? Ich bin so schlecht. Einmal so fett tief einatmen. Und dann sagen, oh, frische Bergluft. 3, 2, 1. Und jetzt, wie sie zählen, wie sie abwischen. So aus. Frische Bergluft. So schöne Ber... Oh, die übertreibt. Und geh mal her. Jawoll, die übertreibt. Die übertreibt so fest. So riecht du deine eigenen Schuhe. Frische Bergluft. Top. Wie aus den Bergen. Alpen. Jetzt riech mal an deinem Schuh, bitte. Riech dran. Ja, geht doch. Oh, nein. Wir machen jetzt eine neue Regel. Das ist schon die fünfte Runde, Leute, von zehn. Die neue Regel lautet, dass man zweimal schießen darf. Wenn du verlierst, musst du in deiner Insta-Story sagen, dass du stinkst. Endlich. Ich mache nichts. Wenn du gewinnst, dann kriegst du halt die Belohnung, die daneben ist. Also, ich muss halt erst alles kaufen. Ja. Oh, das ist großartig. Ich muss keine Insta-Story machen. High five, Leute. Oh, mein Gott, Leute. Das kam so unerwartet. Alter, Selina. Ja. Wenn du verlierst, musst du fünf Zentimeter von deinen Haaren abschneiden. Oh, Leute, mein Haar sind fünf Zentimeter lang. Das ist was für Sally. Let's go. Echt? Aber ich habe mit einem Schuss getroffen, du mit zwei. Du bist so heiß, gewinnst du schwindelig. Jeder muss wissen, dass ich ein Gewinner bin. Ich gönne dir nicht. Okay. Ich habe die so gegönnt, dieses... Ich werde es eh abziehen. Jetzt komm ich rein. Wow. Ein Egg? Bist du bereit? Ja. Aber was ist die Bestrafung? Warte. Oh, nein. Brokkoli essen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist so knapp, Egg. Du hast Fälle. Okay, Selina, bist du bereit? Ich bin mehr als bereit. Oh, nein. Brokkoli oder Süßigkeiten? Oh, nein. Ich habe zwei mal auf dieselbe Stelle geschossen. Hata, du Opfer. Es ist okay. Ich kaufe mir die einfach privat. Viel Glück. Der Verlierer bekommt Slime. Oh, mein Gott. Schnick. Schnack. Schnuck. Wir öffnen jetzt den Koffer. Schau mal. Es ist da. Was? Was ist das? Geh weg von mir. Ein Hundert Euro. Ich darf jetzt eigentlich 30 Sekunden bleiben. Mit dem hier. Was sehe ich aus wie Rotze? Voll schmieren. Das war so mit das ekligste Geräusche in dieser Welt. Okay, wieso geht das nicht? Mein Freund. Hä? Ich glaube, ich bekomme mehr ab als Ecke. Irgendwie. Irgendwie. Nicht, nicht. Ich habe mein pH. Nein. Ich bin schon mit der Glut. Oh, Gott. Okay, wir haben uns das Make-up-Stick beschwunden. Ich habe jetzt hier Mini-Sneakers, sauerer Äpfel und keine Lutschmuscheln. Aber egal. Du hättest auch ein iPhone haben können. Egal, ich habe sie sich können. Oder ein Mac. Das ist verkackt. Du hättest auch ein iPhone-Sneakers, sauerer Äpfel und keine Lutschmuscheln.